We're sorry, the helper you have dialed is not in service at this time. Happy Halloween! Sie wird von drei maskierten Männern angegriffen, doch das sollte alles nur ein Scherz sein. Die Jugendlichen im Alter von 17 bis 19 Jahren wollten sich einen Scherz erlauben und die junge Dame erschrecken. Doch für einen von ihnen endete es tödlich. Die Frau handelte aus dem Affekt und schlug ihm die Tasche ins Gesicht. Dabei wurde er so getroffen, dass er tödliche Verletzungen erhielt. Im Jahre darauf wurde die Frau in einem Gerichtsverfahren freigesprochen. Doch sie verkraftete diesen Vorfall nicht richtig und erlitt psychische Schäden. Im Jahre 2011 kehrt sie an den Tatort zurück und erhängt sich, weil sie mit dieser Schuld nicht leben kann. Ein Unschuldiger wurde getötet durch einen Zufall. Ist das wahr oder vielleicht nur gelogen? Und jetzt erfahrt ihr die Lösung. Ja, alle drei Fälle sind abgeschlossen. Und jetzt kommen wir zur Auflösung. Hier sehen wir nochmal im Überblick den ersten Fall des Briefmörders, den zweiten Fall des sechsfachen Mordes. Und der letzte Fall mit dem Überfall in der Halloween Nacht. Und dann fangen wir mit dem ersten Fall an. Dennis Vader, so hieß der Mann. Und er hat den Mord wirklich begangen. Er hat sieben Morde innerhalb von drei Jahren durchgeführt und hat in einer Kirche gearbeitet. Es ist stimmt, der erste Fall ist wahr. Der zweite Fall und der dritte Fall bleiben jetzt noch zur Möglichkeit. Der letzte klingt sehr verrückt und so verrückt, dass er nicht wahr ist. Es ist Fall 2. Der fünffache Mord oder sechsfache Mord mit der Mark zusammen hat wirklich so stattgefunden. Und alle Fakten, die ich im Video gesagt habe, sind wahr und wurden in mehreren Berichten bestätigt. Unfassbar aber wahr. Ich hoffe, ihr konntet gut miträtseln und habt das eine oder andere richtig beantwortet. Ich hoffe, ihr feiert das Format so genauso wie ich, weil es macht mir einfach Spaß, die Videos zu machen. Und jetzt heißt es wie in jeder Folge zum Schluss, passt auf euch auf, denn jeder könnte ein Mörder sein. Bis zum nächsten Mal.